Na ja, gut. Und ist da schon mal da. Also, ich habe den Boden hinten eingestellt. Ganz schön, wie man hier jetzt eine Benzinleitung beziehen kann. Na ja. Und dann geht es auch, aber das ist gut, wo dann auch alles umschlossen wird. Genau. Das haben wir hier nochmal eingestellt. Ein bisschen Oli-Gedül. Was haben wir? Wir haben die Öle nachgedrückt. Wir haben die Anschlüsse hier. Ja. Da sehen wir das gespannt. Ihr guckt, dass zwei, drei, vier passend auf den Zerindern sitzen. Ja, das ist das Wunderkundangschirm. So. 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 Und dann wird das ja dran. Oh! Nulldruck kommt. Ausgedroht. Und dann. Und dann. Also, Zehnatien. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018